In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Warum müssen wir in der Kälte warten und du darfst als erster ran? Scheiße, ist das galt. Halte die Klappe und pass auf. Okay, gehen wir auch hier hoch. Wir sind wahrscheinlich in die Wohnung von ihr. Faye? Mir geht's gut. Ich musste bloß meine Gitarre auf dem Schädel von irgendeinem Typen zertrümmern. Du musstest was? Nein, ist egal. Hör mir zu, Heather. Ich schicke dir eine Escorte, die dich in Sicherheit bringt. Bleib genau, wo du bist und bewege dich nicht von der Stelle. Ah, da ist sie. Hey. Meine Güte, Sie waren aber schnell. Kann ich jetzt raus hier? Und was Sie angeht, Agent, das bedeutet mir viel. Unglaublich viel. Ich schicke eine JTF-Patrouille vorbei. Ich schulde Ihnen einen Gefallen. Einen großen. Ich kann Ihnen nicht genug tanken. Ich melde mich. Lauende. Geil. Wir haben jetzt auch so einen Bauplan bekommen, können wir aber noch nicht nutzen. Was funktioniert denn der Beda noch nicht? Wir haben noch so einen neuen Rucksackschoner oder sowas bekommen. Da hat sie ihre Gitarre zertrümmern. Hier sieht es aus. Na, sie hat ja noch Gitarren. Das ist ja nicht so, dass sie... Ach Gott, da ist ja noch eine. Geht sie rein? Ne. Okay, schön. Dann haben wir das auch erledigt. Sehr gut. Und dann würde ich mich direkt eigentlich am liebsten nochmal zum Madison Square Garden begeben. Zum Feldlazarett. Und die Mission nochmal auf schwer probieren. Kommen wir auch hier raus? Ja. Plünderer. Ne, komme ich nicht. Ich könnte da vielleicht runter springen, aber das lasse ich jetzt mal. Das scheint mir zu hoch. Gut, dann gehen wir wieder hier raus. So, noch einer. Da hinten, ja. Nice. Erfasse ein Echo in der Nähe. Das hatten wir doch schon, oder? Das ist das gleiche, glaube ich. Ja. All-Speck-Holster. Neh mal mit. Eine M4-Polizei-Version. Die ist auch besser als die. Okay. Dann würde ich die direkt mal upgraden. Ja. Wir können nämlich direkt die anderen Sachen zuordnen. Moment mal, muss ich? Ah, okay. Ich kann auch direkt hier die Mods auswählen. So. Dunkelblau. Das ist dunkelblau. Sieht beides ziemlich bescheiden aus. Haben wir da was? Ne. Weiter geht's. Aktives Echo-Signal geortet. Wenn ich daran denke, was wir früher in der Kupfer haben. Okay. Das ist gleich hier vorne. Ich hätte mir gewünscht, dass sie in der Beta, gerade jetzt in der Open Beta, die ist jetzt nicht so viel größer als die Closed. Halt die eine Hauptmission mehr, die aber spitze war. Aber dass man vielleicht halt so einen Flügel von mir aus, naja, vielleicht nochmal eins weiter erforschen kann oder den dritten Flügel vielleicht auch noch eine Mission. Gucken wir mal, die Schwierigkeit. Wachsinn, hör auf. Auf schwer. Krieg ich keine EP für? Ein Ausrüstungsobjekt. Okay. Probieren wir es mal. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Campbell und ihr Team gefasst. Wir brauchen Sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Okay, auf schwer habe ich jetzt hier noch nicht gespielt. Okay, da sind es einfach nur mehr Gegner. Oh, fuck. Die sind direkt nur gepanzert, oder was? Hahaha, war super. Das war eine hervorheilende Idee. Aber die dürfen noch alle mehr Erfahrungspunkte geben. Komm auch mit einem Kopf. Ja, ein paar mehr EP, ja. Ja, das war's. Und noch einer. Das war gut, dass man den da drüben darf nicht passieren. Komm hoch. Alter. Wie geil, dass ich jetzt schon nicht mal mein Medikit habe. Ich hätte vorher noch meine Basis anhalten sollen, aber ich dachte mir, so viel schwerer kann das ja nicht sein. Oh verdammt. Bleibt der wieder da oben stehen? Das hatten wir schon mit dem normalen in der ersten Mission, also in der leichten. Dass der da oben hinter stehen blieb und ich hoch gehen musste. Komm schon, ey. Ich mach irgendwo so ein Medipack aus. Nein, guck mal. Idiot. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Kendalls Aufenthaltsort finden. Medipack. Gott sei Dank. Alter. Okay, die hauen gut rein. Oh Gott. Jetzt fällt mir gerade ein, da war übel was los auf dem Dach zum Schluss. Na, das kann ja was werden. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Okay. Man kann ja die Nahrungsmittel, Konserven und so weiter auch irgendwie alle essen. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Ich hab das noch nicht gemacht, weiß gar nicht, ob die auch Energie wiederherstellen. Also Lebenspunkte. Da sind jede Menge von den Typen. Aber wenn Sie die Deckung nutzen, können Sie sie ohne Gefahr ausschalten. Können Sie so einen Ball mitnehmen. Das wären ja Belohnung genug. Da hinten sind drei oder so. Scheiße. Gut, das hier ein für ein dann. z. Deck dich! Zug dich! Deck dich! Hä? Bist du doof? Na herzlichen Glückwunsch! Taktischer Rückzug! Wupp! Geheilt! Mal sehen, wie denn das schmeckt! Ja, der schmeißt genau dahin, wo ich mich hinbewege! Warte, ich muss nachladen! Okay, hier kann ich nicht in Deckung gehen! Letzten, mal ab! Das war's für heute. Oh, ich bin noch nicht mal mit denen fertig. Ach du Scheiße. Wie viele sind denn das noch, sind sie drei oder vier oder so? Drei, zwei, noch mehr, na super. Oh, 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 oh. Gott sei Dank haben wir die Fähigkeiten heilen kann. Komm schon, du hast da nicht mehr viel. Einen Schuss noch. Da ist er. Na super, na super. Da ist noch ein stärkerer Krüppel dabei. Okay, der hat nicht mehr so viel. Na du Lachen. Alter. Verdammt. Scheiße, den hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Gott sei Dank haben wir noch was zum heilen. Ist er noch hier? Ah, da ist noch so einer. Candle und ihr Stab sind noch oben. Eingesperrt in der Küche von Kobe. Keiner hat was getroppt. Doch, da hinten. Vielleicht ein Minipack. Boah, ne. Puh, ist das übel. Okay, es könnte knapp werden. Oh, ein Ersthilfe Set. Jawoll. Halt, ich muss hier unbedingt mal aufladen. Ah, die braucht sehr lange zum Nachladen. Passt ja auch mehr rein. So, gut. Jetzt sind wir voll. Was haben wir hier drin noch? Da. Ah, super. Gott sei Dank, ey. Zwei Erste-Hilfe-Kids. So, weiter geht's. Ich gehe mal davon aus, dass die rein theoretisch auch bessere Sachen direkt fallen lassen könnten. Dadurch, dass es wohl alles gepanzerte Gegner sind, die hier kommen. Okay, eine Tasche höher. Das heißt, die hätten den Garden ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Checkpoint. Noch mehr die Pack. Ja, tatsächlich. Haha. Ach du Scheiße, jetzt kam das hier mit dem. Hm. Na, super. Der Weg zu Kobys führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Jetzt könnte man was ausschalten in dem Parcours-Modus. Das ist, wenn ich renne, dann sprintet der automatisch hier über solche Sachen. Und ich habe es jetzt ausgeschaltet, deswegen mache ich das nicht. Deswegen müsste ich eine extra Taste drücken. Das hatte mir gerade unten ein paar Mal das Entdeckung gehen versaut, weil ich eigentlich bloß wegrennen wollte und er dann dadurch halt über die nächste Hürde gesprungen ist, was er eigentlich nicht sollte. Deswegen mache ich das jetzt hier erstmal aus. Hier hinten ist immer noch so ein kontaminierter Bereich. Stufe 2, da können wir halt nicht rein. So, na jetzt bin ich auch mal gespannt. Warte geht es nämlich. Boah, ist ja das Geländer weckerhauen. Nice, 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 nice. Nein, ach das bin ich. Mist. Boah, nee, das kann ich nicht bringen, das Visio zu bekommen. Oh, fuck. Oh, fuck. Wir müssen mal kurz warten, bis sich der eine Balken wenigstens von selbst regeneriert hat. Junge, Junge, Junge. Geht gleich weiter auf der anderen Seite, da kommen noch mal ein paar. Hallo, hier seid ihr. Den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Warnung, Feinde entdeckt. Scheiße. Oh. Oh. Warnung. 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 Achso, die sind immer noch tot? Hier liegt noch das Zeug rum. Warnung, Freunde entdeckt. Komm raus und kämpft. Was? Hab ich vergessen. Wieso sind die Tür zu? Ja. Was? Ziel fehlgeschlagen? Die alles gestorben? Was? Wieso rennten die auch bis davor? Okay, das ist mir auch noch nicht passiert. Scheiße. Das ist natürlich ärgerlich. Achso, die Tür ging gar nicht auf. Hade ich mich vertan. Warnung, Freunde entdeckt. Okay, die da hinten kommen sowieso nicht näher. Ich glaube da rechts kommt dieser eine Nahcamper durchgestürmt. Ja, da kommt er. Müssen wir uns den auf jeden Fall als erstes vornehmen. Mösa. Gunnar. Kopf gunnar Kenne. So, da kommt wieder diese Markkampagne. Was macht denn der, der Spackos. Ja, nice. Ja, Minipack. Ja, fast noch ein Minipack und Minipack, auch gut. Keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ihr Zug Agent. Okay, na jetzt geht es aber gleich los hier auf dem Dach. Geht es hier runter? Sieht man denn hier noch gut, wenn man da sitzt? Ja, gerade so.